so hallo und herzlich willkommen zurück freunde nach zu einer neuen folge bless online ja ich bin der theo da wir werden jetzt hier schön zusammen zocken freunde werden wir mal sehen was uns heute hier so erwartet los geht's fastina hallo fastina so wir sollen immer noch ich suche immer noch weed ich suche immer noch weed und ich soll mit don chico at the horsehair wind in barra place plaza reden wo könnte das sein 300 meter muss ja hier eigentlich in der stadt sein sangio rüber da gehen wir mal rüber du 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 so ja 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 ich habe eine eiskalte fastball gut eigentlich dass ihr meint der teo der trinkt hier bier oder eiskalte fastpause guild foundation manager aber muss man immer noch mehr gilde zu machen form your own guild it's more fun to adventure with others i want to create a guild level 8 oder drüber nicht in einer gilde den liefer gilt in the most recent one days haven't been expelled from a guild in the most recent one days didn't disband a guild in the most recent three days guild creation kost 10 in a party with one other player who are not in a guild okay also man braucht eine party um eine gilde aufzumachen aber gut wenn ihr mit zocken wollte ich weiß gar nicht sieht man den server irgendwo ich habe schon wieder nicht geguckt auf welchem server ich bin ehrlich gesagt wiegt man da die irgendwo keine ahnung wo sie nachher mal gucken christian live hat ist denn hier überhaupt den manu inventar dieses dieser kram hier level 10 support box back for gathering pickaxe one hour mal 1 lesser timings scroll baguette 5 messer play lesser health potion 50 stück magic spirit lucky box wo haben wir noch nur noch irgendwas ich weiß gar nicht wo ich hier überhaupt die 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 klamotten herkriege ich da habe friends journal character info inventory world map mail missions journal friends craft list tätig gilt anima companions dungeons market status account inbox macht er denn da account inbox i lumina 2450 standard edition founder premium membership buffs deluxe edition premium membership buffs reduce mpc requirement repair okay kann ich jetzt öffnen einfach get a refund after opening the package as you may have used the item are you sure you want to receive this package auf jeden fall exklusives mount skin ja okay nehmen wir mal ach da war der server gerade habt ihr gesehen habt ihr gesehen da war der server ich da mela kanzös mela kanzös mela kanzös mela kanzös ja also wer mitzocken will mela kanzös geht immer und die lumen nach wie kann ich die auch hier currency brauche ich jetzt eigentlich noch nicht von da wie ich sagen dass ich die mal da drin jetzt gucke ich mal was ich überhaupt bekommen habe wo habe ich das denn jetzt bekommen irgendwie sehe ich immer noch nichts hatte ich hier jetzt bekommen haben könnte all 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 okay sehr komisch sehr komisch mail vielleicht da bliss founders pack pymions game Wie geil ist das denn? Das gilt nur für 30 Tage oder was? Wo ist jetzt dieses Kinn? Ah, hier. Okay. Sind die jetzt bei Begleiter oder wo sind die jetzt? Nett. Nee, sind die nicht. Oder sind die jetzt bei Kostümen? Ne, waren ja bei Kostüme. Keinen blassen Dunst, ey. Default. Keine Ahnung, wo jetzt diese Skins sind. Müssen wir mal gucken. Wo könnten die denn sein? Journal, Character Info, World Map, Store, Account Inbox, Exchange Office, Special Shop. Companion Gross, Pickaxe, Consumable, Kostüme, Red Hawthorne. Kann ich das auch irgendwie mal angucken? Ah, da. Okay. Sieht natürlich nicht schlecht aus, ne? Das sieht natürlich nicht so schlecht aus. Ei, der da aus. Was hat denn von Kostümchen hier? Ei, der da aus. Da lacht der Klaus. Ist das hier der gestiefelte Kater? Okay. Winter Milky Way. Alter, ja. Ho, 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 ho. Auch sehr schön, ja. Mount Kostüme. Da sind sie, Black Pearl. Die ganze irgendwie müssen die jetzt irgendwo sein. Aber wo? Wo sind die? Spirits. Materialien. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt sein könnten. Die Kostüme, die müssen nur eigentlich hier drin sein. Oder wenn ich, warte mal, wenn ich hier drauf gehe. Enhance, Engines. Ne, auch nicht. Ich habe gedacht, dass hier vielleicht irgendwas ist. Sehr, sehr komisch. Sehr komisch. Sehr komisch. Wo sieht die? Wenn ihr mir sagen könnt, wo die sind, dann sagt mir das. Ich weiß es nicht. Hier vielleicht Exchange Office. Special Shop hatte ich gerade, ne? Store, was da? Ach, hier kann ich Dingens kaufen. Account Inbox. Was war da? Das war das, was ich gerade hatte, ne? War Market Stats. Mit dem heute wird es noch ein Optionshaus sein, oder? Ja, würde ich sagen. Companions habe ich gerade schon geguckt. Habe ich nicht gesehen. Ich habe keinen blassen Dunst, wo das sein könnte. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Macht der automatisch. Bei dem auch. Bei dem Giant Mud Mole. Ja, sicher. Ja gut, sieht natürlich fett aus, ne? Aber wie würde ich den jetzt denn wieder runterkriegen, wenn ich den jetzt nicht haben möchte? Das wäre jetzt hier auch mal eine Frage. Das ist ja schön und gut, dass ich jetzt hier auch so einen Wehrwolf durch die Gegend reiten kann. Aber möchte ich ja vielleicht gar nicht. Okay, gut. Der ist auf jeden Fall ausgerüstet. Wenn ihr wisst, wie ich den, wo ich den einstellen kann, sagt mir mal bitte Bescheid, Freunde. Jetzt haben wir zehn Minuten rumgedödelt, ey. Rumgespielt haben wir hier. Don Chico, wo bist du? Soul Hunter. Ach, den hat er sich getämmt. Die kann man outtämmen, man kann alles tämmen hier. Geil, ist das denn? Oh, es ist dir. Willkommen. Ja, ich hab Tatjana getroffen, genau. Dann sollen wir unseren nächsten Weg diskutieren? Marco hat mir gesagt, sie haben Probleme, die Hosen zu Hosen zu Hosen zu Hosen zu Hosen. Es gab viele Äh, es stimmt irgendwann mit den Pferden nicht. Ja, die rote Maske steckt natürlich wieder hinter den Vorkommnissen. Ähm, wir müssen die Dustwind Thieves irgendwie auskundschaften. Wie komme ich denn da hin überhaupt? Ich muss mal hier gucken. Karte gucken. Also wir müssen da raus. Durch den großen Eingang und dann da runter. Und dann gucken wir mal. Was da geht. So, wo war denn jetzt der Ausgang? Das ist bestimmt der große Ausgang da. Navarragard. So, Freunde, ich habe heute mal so ein bisschen gerade, weil ich hier, wir waren ja gerade, ähm, Wartungsarbeiten. Und da habe ich mir gerade nach, ich glaube, fünf oder sechs oder sieben Jahren W.O.W. mal wieder auf W.O.W. gezogen, ja. Schreibt mal, ob ihr auch W.O.W. sehen wollt, ja. Oder sagt ihr da eher W.O.W.? So, ne, sagt mir da mal Bescheid. Finde ich auch sehr lustig eigentlich. Ich weiß nur nicht, ob da die Startgebiete irgendeinen noch hervorlocken können. Oder ob ihr euch den Quatsch bei mir anguckt. Einfach, weil ich ein bisschen und Quatsch spiele. So, was haben wir denn hier? Aber die sehen schon mal nicht freundlich aus, da. Navarragard Shepard. Ich soll da hin. Investigate the Dustwind's Thief Storehouse in the East Sun. Okay, ich soll da irgendwie was. Ja, verstehe ich. Ich verstehe nicht. Warum der nicht automatisch zum Gegner läuft. Okay, wir warten eben. Hatte ich nicht auch irgendwie 50 Heiltränke gekriegt oder sowas? War da nicht irgendwie sowas? 10, 10, 20 Heiltränke habe ich gekriegt. 207, 209, 209. Okay, also das ist eine etwas größere Reihe. Gucken wir uns auch mal da rein. So, dann kann ja der Nächste dran glauben. Was war denn jetzt überhaupt hier mit... There is no switchable stance. Wie? Warum? What? Warum ist da keine switchable stance? Äh, Moment. Was ist das denn? Hallo? Warum hat der den denn rausgenommen? Ist der doof? Was macht der denn überhaupt? Dietz 45 to the enemy. You can gather power up to level 2. But cannot move while gathering. Ich probiere mal, was der macht. Interessiert mich ja schon. Supply back. Interessiert mich ja schon, was der macht. Okay, da kann ich aber nichts anderes mehr machen hier in der Nacht. Okay. Ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz bisher, was das soll. Also. Dietz 45 to the enemy. You can gather power up to level 2. But cannot move while gathering. Okay. Ich verstehe noch nicht, was ich davon habe, ehrlich gesagt. Momentan. Vielleicht könnt ihr mich darüber aufklären. Oh, dieses Laufen dabei, ne? Finde ich noch extrem gewöhnungsbedürftig. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Das finde ich noch richtig komisch. Was soll ich hier überhaupt machen? Die vieze Dustwind Thieves Manager. Guck, knall mal rein hier. So ein Heiltrank. Knall mal so ein Heiltrank rein. Ach, den muss man doch auslösen. Ach, das Zeichen heißt nur, dass der gepimpt ist. Ich habe gedacht, dass das irgendwie so eine passive Fähigkeit wäre. Du kannst das nicht nutzen. So, da brauchen wir aber, ich würde sagen, wir warten, müssen wir da volle Energie haben. Und wir uns sehen, schnappen da gleich. So, Premium Membership. Repair Costs. 30% weniger. Was? Was? Äh, was war denn jetzt? Oh, nee, ne? War ich jetzt zu langsam oder was? Oh, nein. Oh, nein. Welche war es denn jetzt? Wofür finde ich denn jetzt hier die Kacko-Quest? Oh, was muss ich jetzt wieder? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht hier? Oh, fuck, ey. Warum? Verstehe ich jetzt nicht, was ich gemacht habe. Habe ich jetzt falsch gemacht. Steering of the Thieves. Ja, starte bitte neu. Wo starte ich die denn jetzt neu? Okay, wat ein Mist, ey. Ach, jetzt bin ich direkt drin? Okay, jetzt geben wir aber gleich Gas hier. Papiru-Penner. Papiru-Penner. Okay, Battle-Plan. Ask Don Chico. So, jetzt schießen wir uns aber hier auch wieder raus, würde ich sagen. Okay, krass. Ach, guck mal, das ist doch bestimmt hier... Korn. Grain ist das... Ist das... Weed sollte ich... Ah, Weed sollte ich besorgen. Kein Korn. Fuck go, ey. Okay. Also so vom Kampfsystem muss ich echt immer wieder sagen, gefällt mir echt gut. Das ist ja etwas gewöhnungsbedürftig hier mit dem Ranger, aber immerhin. Hat 8 von 20, 20 Stück sollst du davon umbringen, als Jagd-Quest. Haben die eine Kalatsche. Können wir uns später noch machen. Joa, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Don Chico. Bring dem die Quiz wieder. Ist das da? Wieder Cotton. Okay. Was haben wir da noch? Ich sommle mal einfach ein bisschen ein, je. Okay. Ist da noch Iron Ore? Die Axt, ey. Ey, die Spitzhacke meine ich, die Axt. Gut, dann zurück zu Don Chico, Freunde der Nacht, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das tut, ja. Ich bin der Theoda. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dahin. Alles Gute. Euer Theoda. Ciao, ciao.